Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Die Zeiten, in denen streng unterschieden wurde zwischen mein und dein, die sind vorbei. Das finden zumindest meine Gäste heute Nachmittag. Sie setzen statt Besitz anzuhäufen auf Teilen und auf Tauschen und schonen damit nicht nur ihr Börserl, sondern auch die Umwelt. Seien Sie gespannt auf viele tolle Projekte, die Ihnen meine Gäste heute vorstellen, wenn es bei mir heißt, statt besitzen, gemeinsam nutzen. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Andreas, der das Prinzip Nachhaltigkeit in einer eigenen Stadt-Landwirtschaft umsetzen möchte. Julia, die mit 20 Menschen zusammenlebt und sich vorgenommen hat, die Welt mit ihrem Verein ein kleines Stückchen gerechter zu machen, was auch ganz in rein Hildes Sinn ist. Sie tauscht ihr Haus regelmäßig mit Menschen, die sie vorher persönlich noch nie getroffen hat. Herbert weiß um die Schwierigkeiten, die bei einem Gemeinschaftsgarten mitunter entstehen können. Aber mit Hilfe eines Hamsters schafft er Eintracht. Thomas hält die Nachbarschaftshilfe hoch und gab ihr mit digitalen Mitteln eine neue Ausdrucksform. Sarah findet, dass Dinge des täglichen Bedarfs nichts kosten sollten und trägt auch selbst gerne geschenkte Kleidung. Und unser zweiter Andreas auf der Bühne hat vierbeinige Mädels und Jungs, die er gern an andere vermietet. Wer das genau ist und wie das funktioniert, wird er uns dann gleich noch in dieser Stunde verraten. Herzlich Willkommen, ihr habt wahnsinnig tolle Projekte, mit denen ihr ein Stück weit, zumindest die kleine Welt, in der ihr lebt, ein bisschen besser machen wollt. Andreas, du bist einer davon und hast ein Projekt ins Leben gerufen, um Stadt-Landwirtschaft zu betreiben. Was genau ist das? Ja, ich betreibe ja eine eigene Landwirtschaft, ich bin Schneckenzüchter und das in Wien. Und mein Nachbarhof, das ist ein alter Gutshof auf dem 19. Jahrhundert, also ein wunderschöner Backsteinbau. Und auf der anderen Seite ist das ein riesen Stadtentwicklungsgebiet, Rot-Neusiedl. Und der Hof hätte abgerissen werden sollen, das konnten wir Gott sei Dank verhindern. Wer ist ihr? Wir sind eine Initiative, die sich eben um das Thema Stadt-Landwirtschaft und Kooperation, also es ist einerseits ein Verein, auf der anderen Seite eine Genossenschaft, wo es auch hier geht, wo es eben um gemeinsamen Nutzen von Ressourcen geht. Und wir wollen diesen alten Gutshof als Zukunftshof neu bespielen und wo wir einfach zeigen wollen, wie eine Gesellschaft von Zukunft funktionieren kann. Das ist ein Abfall, das ist ein Rohstoff. Wir nutzen gemeinsam Personal, Räumlichkeiten und so weiter. Und wie viele Menschen sind das circa, die da mitarbeiten? Das Ganze soll eine Bewegung werden. Also wir sind im Verein schon fast 100, in der Genossenschaft über 50 von den Mitgliedern, aber natürlich schon sehr viel mehr. Also wenn wir Aktivitäten haben, wie vor kurzem unser letztes Festival, da waren 1000 Personen pro Tag da und da zeigen wir schon mit regionalen Bauern und Handwerkern, wie die Zukunft ausschauen kann. Wir werden dann noch genau ins Detail gehen, aber zu einer ersten Runde danke jetzt einmal. Julia, du bist barfuß, Helga, kannst du die Schuhe vergessen? Nein. Die sind meistens, es gibt manchmal welche, aber sehr selten. Gehst du so lang, es irgendwie geht's barfuß. Passt das ganze Jahr eigentlich. Passt das ganze Jahr, weil man hört schon raus, du kommst aus Kärnten. Da weiß man nun, ich hab's auch manchmal sehr viel Schnee, genau. Also auch im Winter. Wahrscheinlich nicht so lang und nicht so weit, aber... Das kommt ganz drauf an. So eine Schneewanderung barfuß ist ganz fein. Wenn's nicht gerade minus 25 Grad hat, aber das hat's bei uns nicht so oft. Und warum tust du das? Weil ich glaub, dass es gesund ist. Einerseits, weil ich irgendwann einmal ausprobieren wollte, wie lang's im Herbst geht. Und dann war irgendwann Feber und ich hab mir gedacht, okay, jetzt hab ich den ganzen Winter keine Schuhe gehabt. Das geht immer noch. Also es gibt Situationen, da trage ich Schuhe, aber es ist sehr, sehr selten eigentlich. Man spart sich auch wahrscheinlich etwas an... Das wäre in dem Fall egal, weil wir haben containerweise Schuhe durch den Verein, dem ich vorstehe. Also ich bin die Opfrau von zwei Vereinen in Kärnten, dem Verein Together und dem Verein Live Together. Und der eine sammelt Ressourcen aller Art und verteilt sie weiter. Und der zweite ist eben der, den du anfangs erwähnt hast, wo wir mit im Moment 15 Erwachsenen und 12 Kindern zusammenleben, Wohngemeinschaft, einen alten Gasthof benutzen oder nutzen, um dort gemeinsam zu leben. Und diese zwei Vereine gehen Hand in Hand mit dem Lebensmittel retten, Ressourcen aller Art retten, von Kleidung über Spielsachen, alles, was man irgendwie so nicht mehr braucht, kann man bei uns abgeben. Und das bringen wir wieder in Umlauf. Das ist, kann man sagen, so wie eine riesige Wohngemeinschaft, wo du lebst und eine weitere, noch größere Gemeinschaft, die einander unterstützt und hilft. Das wird der Sarah auch sehr gut gefallen, weil du arbeitest in einem Kosmosphäre, kostet nix laden, oder kostet nix laden, gell? Nein, kostet gar nichts. Also es ist ein umsonstladen und wir wollen eigentlich, also man kann Sachen hinbringen, die man nicht mehr braucht und Menschen können es mitnehmen, eh sehr ähnlich. Was uns halt wichtig ist, ist halt auch, dass wir auch ein bisschen politisch sind. Also wir wollen ganz klar eine egalitäre Gesellschaft und eine nachhaltige Gesellschaft. Genau. Okay, das heißt, da können Menschen hinkommen und wenn sie was brauchen, nehmen sie es sich einfach. Genau, ohne jeglichen Geldfluss oder Tauschfluss. Ja, und andere wiederum können dort Sachen hinbringen, die sie vielleicht nicht mehr brauchen und kriegen dafür aber nix. Genau, wenn sie wollen. Genau. Alles ist freiwillig. Okay, das wird wahrscheinlich auch dem Thomas gut gefallen. Das ist so ein bisschen so die, nicht die nächste Stufe. Ihr teilt auch oder tauscht. Was genau? Also unser Online-Netzwerk ist im Prinzip eigentlich ein Werkzeug für eure Projekte. Wir de facto selbst sind jetzt nicht in den Prozess eingebunden, sondern wir haben ein Online-Netzwerk zur Verfügung gestellt, das mittlerweile von ein bisschen mehr als 60.000 Menschen bevölkert genutzt wird. Und es ist ein soziales Medium, wie es es viel, vielerorts gibt im Internet. Aber im Gegensatz zu anderen geht es bei uns nicht darum, dass man die tollen Fotos vom Abendessen des Vortags da postet, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Leute füreinander da sind, einander helfen, Hilfestellung anbieten oder halt zum Beispiel auch Ratsuchen oder halt das eine oder andere Werkzeug zum Beispiel brauchen oder auch Tipps für die Benutzung von Werkzeug. Und da ist es natürlich dann genau solche Menschen und solche Bedürfnisse, die sich auf unserer Plattform dann abbilden und dann zueinander finden. Man könnte vielleicht irgendwie sagen, dass es eine Art Matchmaking ist, die da bei uns betrieben wird. Kannst du ein Beispiel nennen? Also einerseits ist es jetzt mal so, die meisten Nutzer bei uns sind im urbanen Raum in Großstädten, wo man nicht alle Nachbarn kennt, vielleicht in ein neues Haus zieht und dann mal schnell ein Werkzeug braucht und man hat vielleicht irgendwie gehört, dass der Nachbar eine Schlagbohrmaschine besitzt am Vorabend, traut sich den aber jetzt nicht irgendwie ansprechend einfach an die Tür klopfen, weil vielleicht will er das gar nicht herborgen. Bei uns ist es dann so, dass die Leute, die sich registrieren bei uns, das ist völlig kostenlos, geben auch an, wozu sie bereit sind, Pakete anzunehmen, Werkzeuge herleihen, beim Handy einrichten helfen, vielleicht Babysitten oder Haustiersitten und dann schaue ich nach, welche Nachbarn borgen Werkzeuge her und dann bekomme ich Leute in meinem Haus ausgewiesen, in meiner Straße bzw. im Umkreis von 750 Metern, weil bei uns sieht man nur, was sich im Umkreis in der Nachbarschaft, also im Grätzl, tut. Und wenn ich da jetzt aber keinen finde, dann kann ich noch immer einfach schreiben so, ich brauche jetzt für Ping-Guard eingezogen, ich brauche das und das Werkzeug, kann mir jemand helfen? Und das hat natürlich drei Aspekte, die da bedient werden. Das ist jetzt einerseits ein ökologischer Aspekt, nicht jeder muss sich jedes Werkzeug kaufen, es werden Ressourcen dadurch geschont. Es braucht nicht jeder einen Bandschleifershaus, weil den benutzt man vielleicht zweimal im Jahr. Es hat aber auch ökonomische Aspekte, ich gebe dadurch weniger Geld aus und aber auch soziale Aspekte, weil wenn ich mir jetzt den Bandschleifer beim Nachbarn ausborge, den ich vielleicht gar nicht kannte habe vorher, dann lerne ich ihn mal kennen und auf der anderen Seite kann man dir vielleicht auch Tipps im Umgang damit geben. Was war das Kurioseste, was du je gelesen hast, was wer gesucht hat? Gelesen, das hat mir eine Bekannte erzählt, das war eigentlich eine total nette Geschichte, da ist es in erster Linie nur in einen sozialen Aspekt gegangen, da hat eine Frau gepostet, dass sie früher eigentlich immer Katzen gehabt hat, aber sie ist jetzt ein bisschen älter und die Katze ist verstorben, sie möchte sich keine neue mehr anschaffen, aber ihr geht das Katzenstreicheln so ab, ob sie mal zu jemandem nach Hause kommen könnte und einfach Katzen streicheln. Und sie hat das gelesen, die hat drei Katzen zu Hause und hat sich gedacht, ja, warum nicht? Es ist bei uns auch so, bei der Plattform, man registriert sich mit dem echten Namen und der echten Postadresse, das heißt, es ist auch ein großes Vertrauen da, dass die Leute auch jetzt keine Fake-User sind, wie man so schön sagt im Internet. Die hat gesagt, ja, komm vorbei, haben sich was ausgemacht, die Dame ist dann gekommen mit einem selbstgemachten Kuchen, sind beieinander gesessen, am Kaffee trunken, Kuchen gesessen. Und die Katze war genervt, nein, okay. Nein, die war total nett und es ist eine Freundschaft daraus entstanden. Wollt nicht irgendwann einmal wer eine Blutkonserve für eine Katze? Genau, ja, das war erst vor kurzem, wo halt eine Katze erkrankt ist, jetzt weiß ich nicht mehr, woran genau. Und die Frau, die Besitzerin, hat halt über die Plattform dann nach Katzen gesucht, die Blut spenden würden, weil die Katze Blutkonserve ist. Also das habe ich noch nicht gehört, dass das ist. Aber logischerweise muss es das ja auch geben, weil Katzen werden ja auch operiert. Reinhilde, das gefällt dir sicher gut, gell? Ja, absolut. Wo lebst du, in welcher Stadt? In Enns. Und mir geht das Herz auf, wenn ich das von den jungen Leuten her, weil die machen das einfach nur viel besser, viel größer, online und ich weiß nicht was, was wir, die ältere Generation, ich bin jetzt 60, in der Familie und im Nachbarschaft und unter Freunden noch Original gemacht haben, sozusagen. Dieses Teilen und Tauschen, Nachfragen, auch jetzt noch, ob das Werkzeug ist. Früher waren es halt mehr Kinderkleidung und Spielsachen. Man tauscht und teilt, lebt dadurch glücklicher. Es ist lustiger. Ja, und wir sind dann auch über Tauschkreisbörsen, die mein Mann und ich geleitet haben, 20 Jahre in Enns. Das ist so ein bisschen die Vorstufe von dem, dass man auch ohne Geld sozusagen Waren und Dienstleistungen tauscht untereinander. Und da sind wir dann hängen geblieben. Bei einem dieser Themen bin ich jetzt da. Dieses Haus tauschen, wobei wir nicht ja nur im Urlaub tauschen. Also nicht prinzipiell, sondern im Urlaub. Und da tauscht dann A zu B und B zu A mit fremden Menschen, die man vorher nicht kennt. Aber um das geht es nicht, sondern es geht wieder um dieselben Dinge, die du sagst. Das Ökologische. Für uns braucht man nicht irgendwo ein Hotel bauen, uns nachher vielleicht einmal entsorgen. Also es ist einfach ökologisch, weil es vorhandenen, wir tauschen sozusagen den vorhandenen Wohlstand. Es ist so naheliegend, ja. Es ist schon gebaut, unser Haus. Und dann ist ja besser, wann wer auch im Urlaub drinnen wohnt. Wie finden sich bei euch die Menschen? Über Plattformen. Also da sind wir jetzt schon auch so. Es ist eine Online-Plattform. Es gibt mehrere. Nur um in die Praxis zu gehen. Und du gibst das ein, ich möchte von bis mein Haus zur Verfügung stellen. Bedeutet gleichzeitig, ich brauche auch ein Dach über dem Kopf. Und klickst dann auch an, da will ich hin. Genau. Also zuerst bin ich mal über, also zahle ich einen Beitrag bei diesem Verein, 90 Euro. Das ist ja nicht so viel, das Jahr. Und dann kann ich tauschen, so viel ich will. Und wenn ich Zeit habe, wenn ich Ferien habe, kann ich beginnen, selber aktiv natürlich, dass ich etwas suche, welches Land ich möchte. Das ist ja global, ist ja international. Welches Land möchte, möchte ich eher Berge mehr, möchte sonst wohin. Australien, Südamerika. Ja, absolut. Man glaubt nicht, wer alle noch eins will. Das Verhältnis der Stadt Österreich. Ja, genau. Genau. Und dann gebe ich sozusagen meine Suchkriterien ein und werde aktiv selber suchend. Und gleichzeitig werde ich halt auch angefragt und sage ich dann, ja, interessiert mich, bleib mir weiter in Kontakt. Oder nein, ich sage freundlich ab. Ich frage mich halt immer, wer, also wer kommt ins Haus? Die kennst du ja nicht. Und da, der oder die schlafen ja dann in unseren Betten. Richtig. Das sind die üblichen Fragen. Wird immer gefragt, ja, aber die Leute schlafen ja dann in eure Betten. Dann sagen wir schon, ja, auch im Hotel schläft man in Betten, wo vorher bei anderen Unbekannten geschlafen hat. Also so spektakulär ist die Sache gar nicht. Es ist so naheliegend, dass man es macht. Und weißt ungefähr, wie viele Leute in Österreich da in dem Netzwerk teilnehmen? Also vor 20 Jahren, wie wir beigetreten sind, waren es 13.000 bei dieser Plattform. Ich glaube, das sind sicher schon 20.000. Also Tendenz ist absolut steigend. Manche Leute finden es auch praktisch, weil sie sagen, es sind die Blumen, werden gegossen, die Katze wird versorgt, die Post wird geholt. Wann was Wichtiges ist, werde ich angerufen. Also es ist eigentlich nur praktisch und ich habe keine Nachteile. Und manche haben auch diesen Sicherheitsaspekt, den wir jetzt zu Hause nicht so haben. Also dass das Haus vor Einbrechern geschützt ist. Und das würde ich mir auch denken, es ist praktisch. Es ist immer wieder da, es brennt immer ein Licht und so weiter. Wobei der Herbert bräuchte wahrscheinlich viele, die mit ihm tauschen, um den großen Gemeinschaftsgarten dann auch zu bestellen. Oder ein paar Volontiers. Ich möchte vielleicht noch einen Hintergrund sagen. Ich bin, seit ich auf der Welt bin, ein Herzensbiopower. Und nachdem ich keinen eigenen Bauernhof habe, machen wir jetzt solidarische Landwirtschaft, biologische, solidarische Landwirtschaft gemeinsam. Und unser Urban Gardening Projekt in der Siedlung, wo ich seit über 50 Jahren wohne, ist sozusagen ein kleines Abbild davon. Und da ist das Interessante, im urbanen Bereich eine gepflegte Grünfläche mit 11.000 Quadratmetern, die ursprünglich als Schönbrunnerrasen angelegt wurde, wo man nicht hineintreten durfte, wo Betreten verboten war, wo ich als Kind eine 20 Schilling Strafe bezahlt habe, weil ich in die Wiese hineingestiegen bin. Da bin ich heute noch in psychotherapeutische Behandlung. Und das ist das Problem, dieses Wechseln. Die Leute haben so viele Ängste und Veränderungen bewirken Ängste. Und da muss man halt mit den Leuten irrsinnig viel reden. Und da hast du schon angesprochen, ich habe Verbündete. Also Verbündete bei den Mietern, die auch ökologisch nachhaltig sein wollen, die ihr Gemüse anbauen, ohne zu spritzen, ohne Gifteln und so weiter. Und das ist aber dann weitergegangen, dass wir die ganze Anlage ökologisch nachhaltig betreuen. Und auf einmal ist da ein hohes Groß gewesen, wo vorher alles geschnitten war. Furchtbar, ja, furchtbar. Und da nisten sich womöglich alle möglichen Viecher ein und so weiter und so fort. Und Gott sei Dank auch der Hamster. Und wenn ich dann gefragt wurde, ja, warum teilt's nicht so glatt schleiden? Ja, ist er schon. Dann habe ich gesagt, Leute, was glaubt's, will der Hamster gern so glatt geschniggeltes Gras? Nein. Oder ein bisschen was denn? Und haben sie gesagt, na ja, schon ein bisschen Wildnis. Na gut. Aber haben sie gesagt, ist schon gut, was du machst. Aber schön ist es nicht. Aber zum Teil schmeckt's, ne? Schmeckt wunderbar, es schaut wunderbar aus. Es ist gesund. Es ist gesund. Die Luft ist besser. Wir haben allerdings, habe ich auch schon beschwertet, die Leute müssen Fliegengitter machen, weil wir jetzt mehr Insekten haben. Das ist natürlich Katastrophe. Schrecklich, das ist auch nicht schlimm. Das musst du sowieso machen, wegen der Gelsen. Aber ihr seid so in Wien. Wir sind in Wien, ja, mitten in Wien. Und es hat natürlich noch einen Riesen-Nachteil, dieses hohe Gras, hat sich eine Dame bei mir beschwert, jetzt so einen kleinen Hund. Sag ich, was hast du, warum? Ich find meinen Hund nicht mehr. Was das Gras anbelangt, ja, und Rasen, wäre ja praktisch, die Mädels und die Jungs von Andreas. Meine Mädels und meine Jungs machen alles flatt, nicht nur die Wiese. Also wenn die erstmal einmal im Garten drin sind, dann ist alles vorbereitet. Wie viele hast du von denen? Ich habe insgesamt im Moment 56, 18 Mädels und der Rest sind Jungs, die also aufgeteilt sind in ganz Niederösterreich, immer so in Kleingruppen, eben für Leute, die hohes Gras haben, die also nicht mehr irgendwo mähen können, weil es nicht geht, weil es zu steil ist oder weil dann eben halt Obstbäume stehen, weil das war ja früher normal, dass also die alten Obstgärten, die unter Maria Theresa zum Beispiel angelegt wurden, die ganzen Mostbüren, Bäume, dass die mit dann auch mit Schafen beweidet wurden. Eben weil ja keiner großartig darunter mähen konnte, früher gab es die Traktoren in der Größe nicht. Heute ist es ein Problem, die Landwirte haben große Technik, die wollen also nach Möglichkeit große Flächen bewirtschaften und immer schön geradeaus fahren. Ja und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, auf meine Landwirtschaft kommt, auf meine Wiese kommt kein Traktor. Ja, ich möchte es einfach so bewirtschaften, ich habe dann also auch Familien, die dann sagen, wir haben doch 400, 500, 600 Quadratmeter, Rasenmäher macht Krach, die Kinder sollen auch mal was lernen, ja, dass also der Wollpullover oder die Wollsocken irgendwann mal am Tier hing hatten vorher, ja und ja, dementsprechend gehen sie dann den Mädels dann unterwegs. Du, was kostet das? Also ich sag mal so, ich biete an ab einer Woche, das heißt, bei mir kostet die An- und Abfahrt, das ist ja natürlich Geld, das kostet 25 Euro einmalig und jede Woche kostet in der Regel einen Pauschalpreis von 25 Euro für die ganze Gruppe. Und nur da, ich meine die Praxis, also du kommst zum Beispiel mit fünf Mädels und Jungs oder sechs, sagen wir sechs. Ja. Wo schlafen die? Da, wo wir früher alle geschlafen haben, unter dem freien Zelt, unter dem Himmelzelt. Gut, also um das muss man sich nicht kümmern, Wasser muss man wahrscheinlich hinstellen? Wasser muss man hinstellen, Salz, also Mineraldeckstellen bringe ich mit, das ist mir immer ein bisschen kritisch, wenn die Leute selber einkaufen, da gibt's auch Probleme. Und ich meine, geschoren werden sie bei dir? Geschoren werden sie im Frühjahr. Pervert, das gefällt dir, gell? Ja, das gefällt mir sehr. Und mir kommt das nur so wahnsinnig billig vor. Weil du gesagt hast, 25 Euro An- und Abreise, das hängt dann schon davon ab, wohin du die bringst, oder? Nein, die 25 Euro sind eine Pauschale fürs Bringen und Holen. Für 7000 Kilometer, wenn ich die reingelte. Nein, um Gottes Willen, wobei fahr ich nicht. Das hat so ein Tierschutz zu tun. Wie lange sind so, wenn ich jetzt einen 1.000 Quadratmeter Garten habe mit, sagen wir mal, 30 Zentimeter hohem Gras, wie lange sind die Schafe da so zugange? Also bei mir, ich sage immer so, pro Schaf fürs ganze Jahr. Also ich biete hier auch eine Ganzjahresmiete an von, wenn es anfängt im Frühjahr bis Open End. Das heißt, bis der erste Schnee kommt oder bis alles runter ist. 4 Schafe für 2.000 Quadratmeter, 500 Quadratmeter pro Schaf pro Jahr etwa. Und auch für diese Langzeitmieten brauche ich keinen Unterstand oder so? Ich empfehle auf jeden Fall immer, eine Überdachung zu machen. Es gibt ein Tierschutzgesetz, das schreibt bestimmte Sachen vor. Die sollte man einhalten. Diese Rasse ist also so, dass sie im Prinzip kein Wasser braucht im Sommer. Aber es muss trotzdem dastehen. Sie brauchen auch keine Überdachung, aber sie muss dastehen. Ich sage immer zu den Leuten, baut ein Dach hin, macht eine Seite zu, die Wetterseite, und dann seht ihr, ob sie reingehen. Und in der Regel bekomme ich immer wieder mal Anrufe, ja, unsere Schafe gehen nicht in den Stall. Warum? Ja, weil sie nicht wollen. Ist so. Oder ich höre auch immer wieder, unsere Schafe fressen nicht. Wieso fressen die Schafe nicht? Leben sie noch, oder? Doch, die leben noch und die kohen noch wieder. Also fressen sie auch. Das heißt, man kann ein Schaf nicht zu irgendwas zwingen. Verletzt uns die Bäume auch an? Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was es für Bäume sind. Es kommt drauf an, wie alt die Bäume sind. Also ich sage mal, so ein ganz junger Apfelbaum ist also eine Delikatesse. Ich habe mir meine ersten Schafe geholt, habe sie auf die Wiese gestellt. Am nächsten Morgen war dieser dünne Apfelbaum weg. Du, Andreas, was würdest du nicht teilen? Weil heute geht es ja um, welche zwei, drei Dinge würdest du nicht teilen? Frauen und Auto sollte man nicht teilen. Wobei Car-Sharing etwas ist. Julia und Reinhilde. Naja. Dein Ehemann magst du auch nicht teilen. Aber Auto schon. Bei uns in Enns ist das jetzt noch nicht so ein Thema. Aber ich finde es einfach, man kann ganz klein anfangen. Also sprich, wir haben ein Auto und es ist wieder dasselbe, wenn man es hat, soll man es teilen. Weil wir brauchen es eigentlich die ganze Woche nicht, weil wir alles mit dem Radl fahren. Wir haben es nur als Transportmittel. Und wir tauschen und teilen es gerne. Sprich, wir verborgen es. Wie man früher halt sagt, verborgt hat, wenn einer was hat. Und ja, zum Transportieren und vor allem mit Anhängern, verborgen wir einfach oft das Auto. Weil ob man jetzt zur Kompostieranlage fahren muss oder Sperrmüll hat oder eben einen Möbeltransport, fragt man halt gewisse Leute, wo man weiß, ja, ja, die verborgen es eh. Das ist alles gut und schön. Die Frage ist nur, wer zahlt oder was ist, wenn der andere einen Unfall hat oder einen Schaden hat. Oder wenn man das Auto dann, frag mal, Unfallschaden ist ja schon einmal ein Thema. Ja. Wer zahlt das? Ich glaube, beim Tauschen teilen kommen solche Problemchen manchmal daher. Sprich, also ich weiß auch zum Beispiel, mein Mann sagt mir das dann wieder und sagt, uh, jetzt ist schon wieder die Lampen kaputt beim Anhänger. Okay, also das passiert ab und zu, wenn man jetzt den Bruder, den Nachbarn, Freunden borgt, dass die Lampe vom Anhänger kaputt ist und die merken es nicht. Und jetzt stehen wir da und wir ärgern uns schon. Oder er ärgert sich. Ja, okay, was macht man? Man kann sagen, ich verborge es nie wieder. Oder man geht der Sache nach. Und es stimmt schon, beim Tauschen und Teilen muss man ein bisschen reden, mehr reden, als wenn man alles selber kauft. Ein bisschen ist gut. Genau. Weil wenn jeder selber kauft und es gehört mir und wenn ich es nimmer brauche, dann gebe ich es weg. Das ist eine andere Lebenseinstellung. Wenn ich etwas verborge, kann es sein, dass ich nachher drüber reden muss und sage, weißt du das, hast du das gemacht? Nein, und dann muss man sich halt zusammenreden. Und manchmal kommt man ja drauf, die Leute sehen es vielleicht gar nicht, wenn sie etwas kaputt gemacht haben. Auch ich habe nicht dieses technische Auge wie mein Mann, der gespürt das gleich, wann was kaputt geht. Der gespürt das schon vorher, bevor es kaputt geht. Genau, aber ich spür's nicht und ich darf es vielleicht auch zurückgeben. Und das, ja, es kann andere Leute auch passieren. Also fragt man, ist da überhaupt aufgefallen, dass das kaputt ist? Naja, und dann muss man halt drüber reden. Julia, weil du gesagt hast, man muss vielleicht viel drüber reden. Ja. Haben Sie auch Carsharing? Naja, wir haben Vereinsbusse, die von verschiedenen Mitgliedern im Verein genutzt werden und wo dann halt vom Jausenpapierl über die Getränkedosen Dinge drin sind. Also das ist so das Kleinste, wo man sagt, okay, hätten wir eigentlich schon auch sauber zurückgeben können. Aber Unfälle werden Gott sei Dank bei uns schon, also wenn wirklich jemand, wenn es jemandem auffolgt, dass er irgendwo anmeckt oder irgendwer, das passiert jetzt ist ja dann oft die Tür, die aufgeht und man haut halt irgendwo rein, dann wird das eigentlich schon immer bekannt gegeben, das ist, was wir in dem Moment gekommen ist, war Kontrolle und Vertrauen. Das sind so diese zwei essentiellen Punkte, wir sind aufgewachsen mit Kontrolle und wenn man das leben will, muss man ins Vertrauen gehen. Wir leben ja auch, ob das jetzt Haustausch ist oder Dinge verborgen, also der Zugang ist einfach Vertrauen zu den Menschen zu haben und ich muss einfach sagen, das wird sehr selten missbraucht. Also wenn ich mit Vertrauen zu den Menschen gehe, dann geben auch sie mir Vertrauen. Also man tut uns nicht absichtlich jetzt irgendwie was Böses, weil das war irgendwie Unfälle. Und das ist das Schöne dran, je mehr Menschen irgendwie so leben, das kriegt man dann auch zurück. Also ich mag nicht in einer Gesellschaft leben, wo jeder nur kauft, kauft, kauft. Raft, raft, raft. Genau, sondern es ist einfach schön und wir haben es auch an die Kinder so weitergegeben, es ist schön in einer Welt zu leben, die nicht auf Besitz ist und immer mehr, immer mehr, sondern teilen, tauschen, gemeinsam. Absolut. Na absolut. Thomas, du bist einfach schön. Zwei Dinge, also beim Autoverborgen, solange es unentgeltlich ist, ist es versicherungstechnisch, soweit ich informiert bin, kein Problem. Wenn das sozusagen unter beiderseitigem Einverständnis und es passiert ein Unfall, dann ist die Haftpflichtversicherung da genauso auch zuständig. Aber beim Auto finde ich es ja jetzt noch relativ einfach, da festzustellen, wenn da irgendwo jetzt eine Delle ist oder so. Aber beim Haustausch, wenn dann irgendwo die Lampe im Keller demoliert ist oder so, da kommt man halt dann nicht so schnell drauf. Und wenn man dann irgendwie erst ein Vierteljahr später draufkommt, dass die Lampe vielleicht nicht mehr funktioniert oder in schlimmeren Fall irgendwie weg ist, wie handhabt sich das da? Also da kann ich auch wieder nur sagen, wir haben jetzt 18 Mal getauscht und die Menschen, die bei so einer Plattform dabei sind, sind alle so gepolt wie wir, wann was kaputt geht, dann melde mich. Und es ist uns bis jetzt wirklich nie was anderes als irgendwelche Glaseln kaputt gegangen und dann fragt man, war das eh kein Besonderes, ja legt uns fünf Euro hin oder auch nicht. Also es ist nie was kaputt gegangen. Es ist nur eher witzig, dass die Sachen dann verramt sind, dass ich irgendwie nach drei Wochen und bestimmte Pfannen, wo ich mir dachte, na jetzt bin ich neugierig, wo ich es wieder finde. Ja, das ist eher lustig einfach. Aber sonst gibt es einfach keine negativen Erfahrungen. Ich möchte nur ganz kurz, weil du gesagt hast, dieser Häusertausch, deine Tochter fragen, die Monika, die das erlebt hat und super begeistert war, wenn sie als Kind irgendwo anders sein durfte, in einem anderen Haus, nämlich nicht in einem anderen Hotel, sondern in einem anderen Lebensraum, nicht mit anderen Kindern auch in der Gegend. Wie war das? Ja, super für uns, weil man ja direkt ins Leben von einer anderen Familie, von einem anderen Kind, von einer anderen jugendlichen Person reingeht. Also wir haben angefangen, da war ich wahrscheinlich fünf oder zehn Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau wie, aber jedenfalls schon sehr lang. Und dann gibt es eben, dort gibt es Spielsachen, es gibt Bücher, es gibt vielleicht sogar in anderen Sprachen Büchern. Also wenn man nach Italien gefahren will, dann kann ich ein Kinderbuch auf Italienisch lesen, obwohl ich es nicht kann, aber es ist einfach spannend. Oder man fährt mit dem Radl von einem anderen Kind oder ja, man sieht, wie leben die Leute wirklich, was haben die für Sachen in der Küche, was sind deren Gewürze, was ja einfach voll ins Leben rein und nicht halt sozusagen steril. Ich bin in einem Hotel, all inclusive, sondern ich bin direkt im Leben der Menschen drinnen. Das hat mich immer sehr fasziniert. Wie reist du? Ja, also heutzutage, ich bin jetzt noch zu jung, um Selbsthaustausch zu machen, weil ich selbst lebe gerade in einer WG, also das ist momentan noch nicht mein Thema, sondern da fahre ich noch mit der Familie mit. Aber ich bin sehr viel unterwegs und wie die Mama zuerst schon gesagt hat, wir fliegen nicht oder sehr, sehr, sehr selten. Das ist ja bei mir so, dass ich halt mit Zug und Bus unterwegs bin. Also hauptsächlich in Europa. Das schöne, langsame Reisen. Genau, das schöne, langsame Reisen, genau. Weil es mir einfach ein Anliegen ist, aus Klimaschutzgründen. Man sieht auch viel mehr. Man sieht viel mehr. Es macht Spaß, Menschen kennenzulernen auf der Reise. Und wenn ich mir denke, was gut was, ich reise, sagen wir mal nach Litauen, dort habe ich ja jahrlang gelebt, da reise ich durch Tschechien durch, durch Polen durch, sonst irgendwie da komme ich einfach schon durch die Kultur. Und die Reise an sich ist ja schon ein Prozess für mich. Die Reise ist das Ziel auch irgendwie so. Und dann bin ich nicht, ich steige in Wien in den Flieger und steige in Vilnius aus und Hilfe bin ich da. Sondern es ist einfach für mich, ich kann mich darauf einstellen, ich kann ankommen und es ist ein schöner Prozess, dort hinzukommen. Und wie möchtest du einmal leben? Also hast du schon so in Zukunft, jetzt lebst du in einer WG. Jetzt lebst du in einer WG, ja. Wäre auch so ein gemeinschaftliches Wohnen etwas, das dir gefallen würde, also mit deiner Familie und anderen Familien in einem zum Beispiel alten Gutshof beispielsweise oder so Vierkanter? Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich meine, ich bin jetzt 24 Jahre alt, ich weiß noch nicht, wie mein Leben auf langfristig ausschauen wird. Und ich bin auch gespannt, was da herkommt, weil man kann eh so wenig planen im Vorhinein. Aber ich bin durchaus offen, dass da verschiedene Lebensformen dann auch kommen können. Also nicht mein Haus und da wohne ich jetzt und da darf keiner eine, sondern eher so. Was machst du beruflich? Ich arbeite bei der katholischen Jugend in der Bundesstelle. Also Teams koordinieren österreichweit und mit Menschen zusammen sein. Genau, weil da ist ja auch das Reisen immer nicht unwichtig. Nicht, dass man auch andere, wie du sagst, Kultur kennenlernt. Und die Gemeinschaft sozusagen lebt. Na gut, die Julia, du musst noch erklären, weil vielleicht, Monika, ist das, was die Julia macht. Vielleicht kommt uns einfach mal Besuch. Wie viel seid ihr? Also wir sind so im Schnitt jetzt im Live-Together, also im Wohnprojekt 15 Erwachsene und im Moment sind es, glaube ich, 12 Kinder. Wir haben mittlerweile zwei Wohnplätze, also zwei ehemalige Gasthöfe am Farkersee, was eben auch früher schon irgendwo kurz gefallen ist, recht interessant ist. Weil das ist so ein Ausbau. Wir reißen alles alte nieder und hauen dort irgendwie Wohnblöcke hin, Gegend, weil es eben durch Villach sehr interessantes Gebiet zum Leben ist und viel Zuzug ist. Und wir haben da zwei kleinen, also einen kleineren, jetzt einen großen ehemaligen Gasthof, den wir gemeinsam nutzen und bewirtschaften und beleben, wo eben Leute fix dort leben in der Wohngemeinschaft, wo wir teilweise touristische Vermietung machen, wo man als Volontier hinkommen kann, also zu uns maximal zwei Monate kommen kann für Kost und Logis gratis und sich eben einbringen in der Gemeinschaft. Was muss man da machen? Da muss man, müssen tut man gar nichts. Man kann, weil man kommt ja, wenn man das will, zu uns, aber man wird in den Alltag eingebunden, also vom Abwaschdienst über den Kochdienst, über mit den Kindern was machen, über die Viecher versorgen, über eben Seminare betreuen oder jetzt im Sommer haben wir Touristenmus gehabt, da muss man einmal ein Zimmer putzen für Gäste, wie auch immer. Wir machen viel Workshops, genau Garten, also wir haben einen Gemüsegarten zur Selbstversorgung, zumindest im Sommer gelingt uns das schon ganz gut, wo man dann die Leute auch zum Gießen und zum Pflanzen und zu allen möglichen Dingen einbinden. Es ist aber auch immer total lässig, was die Volunteers für Qualitäten mitbringen, also wir haben dann auch Volunteers, die kommen und halt Musiker sind und dann Konzerte machen oder was auch immer für Dinge eben anbieten, die sie halt einfach auch mitbringen oder ihre eigenen Ding, Yoga-Kurse anbieten, ihre eigenen Fähigkeiten halt auch einbringen. Und die, die dort wohnen, also das heißt, jeder hat sozusagen wie in einem Hotel mehr oder weniger so 15, 20 Quadratmeter Schlaf und Bad. Genau, also Bad und Klo hat jeder selber, es sind die ehemaligen Hotelzimmer, es gibt aber auch Wohneinheiten, kleinere, es wird jetzt auch teilweise umgebaut und Zimmer zusammengelegt für Wohneinheiten, weil es eben gerade für Familien einfach sind, ist ein Zimmer einfach nicht interessant. Und dann gibt es Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsraum, so wie man eben in einem Gasthaus gibt, die ehemaligen Speisesäle sind dann halt quasi Gemeinschaftsräume oder auch immer noch Speisesäle, je nachdem, ob Gäste da sind oder nicht. Wir sind jetzt auch gerade dabei, eine Tiny-House-Siedlung zu starten, da sind jetzt schon drei Menschen mit einem Tiny-House da, das steht im Moment zwar noch am Parkplatz, aber da wird jetzt nächstes Jahr im Frühjahr eben ein Tiny-House-Platz. Aber da muss man schon der Typ sein dafür, ne? Also weil die Gemeinschaft, also das heißt, so alleinig für sich selber kochen, ist ja dann eher... Nein, ist schon, ist grundsätzlich, wenn man das will, schon. Also es ist auch so, dass es Einheiten gibt, die haben kleine Kochnischen oder Leute, die sich dann halt selber was so reinwollen und sagen, okay, wenn ich jetzt mit meinen Kindern mal nur Spaghetti mit Tomatensauce am Abend will und in meinem Raum bleiben will und jetzt nicht in die große Gruppe, dann kann ich mich auch selber versorgen. Es gibt auch kleinere Kocheinheiten, unabhängig von der großen Gemeinschaftsküche, wo man sich eben zurückgezogen auch aufhalten kann, wenn man das will. Aber es ist tendenziell, also wir sind jetzt seit sechs, oder ich lebe seit sechs Jahren in dem Projekt und das ist tatsächlich so, ich für mich bin nur, wenn ich krank bin am Zimmer eigentlich, also in meinem eigenen Raum und wenn ich halt schlafe. Und es sind ganz viele, die zuerst glauben, sie kommen mit zu wenig Raum nicht zurecht oder sie meinen, sie bräuchten eigentlich viel mehr. Und dann irgendwie in der Praxis sich herausstelle, wir haben einen Riesengarten, wir haben einen Schwimmteich, wir haben tausend Räume, wir haben eine Bibliothek, wir haben zwei Kinderspielräume, was auch immer. Und eigentlich brauche ich weniger, als wenn ich eben in meinem 100 Quadratmeter Häusel bin. Weil dort sitzt man ja auch meistens am selben Platz, ne? In der Küche und im Wohnzimmer. In der Küche und im Wohnzimmer, da nutzt man mich da gar nicht jeden Platz. Weil du gesagt hast, also die, die, aber man muss halt Rücksicht auch aufeinander nehmen. Es ist ein soziales Projekt. Sarah, das gefällt dir, gell? Ja. Wer hat für mich eine Idee, gell, so zu leben, oder? Ja, schon, doch. Ich mag gern so ein solidarisches Zusammenleben und man kann sich ja zurückziehen immer noch. Natürlich. Man kann sich ja einbringen, also es gibt auch verschiedene Formen, wir haben Vollbewohner, die quasi mehr oder weniger nur am Platz sind, dadurch weniger Geldbeitrag zahlen, aber halt mehr Arbeitsleistung bringen. Wir haben Leute, die extern arbeiten, sich so finanzieren und halt nur gewisse Dinge in der Gemeinschaft machen. Und wir haben auch ein Modell, wo sozusagen mehr finanzieller Beitrag gezahlt wird und dann keine verpflichtende Mitarbeit ist, wobei wir das gerade ein bisschen umstellen auf wirklich ein solidarisches Modell, wo quasi jeder das geben soll, was er kann. Finanziell, aber auch in Bezug auf Mitarbeit und sich das quasi in einem Gruppenprozess dann herauskristallisiert. Was ist für alle passend und stimmig? Und die Zukunft wäre, dass sie dann auch selber so energieautark lebt. Zum Beispiel, wie jetzt gerade in Kärnten scheint es für die Sonne mit Solarenergie oder, weißt, so dass man einfach dann wirklich relativ autark lebt. In der Richtung, dass man sagt, man kann sich mit, also Lebensmittel ist sicher mal der erste Punkt, der auch leicht umsetzbar ist, sich einmal mit Lebensmitteln selbst zu versorgen. Diese ganzen Dinge mit eben Wasser und, also wasserunabhängig sind, mehr oder wenigerweise eine eigene Quelle gibt, die dem Blatt, also wenn wir glücklich sind mit eigenem Wasser und auch Solar und solche Dinge, das ist alles möglich in so einem Projekt. Das ist aber dann auch immer die Sache, okay, gibt es da wen, der sich mit dem so auseinandersetzt, dass man das eben auch umsetzen kann, ohne dafür Hunderttausende Euro in die Hand nehmen zu müssen. Die Länge, die Zuhörerin Hilde, das ist doch, das kann doch nur die Zukunft sein, weil dann würden ja auch die, die älter werden, da kann man auch die Älteren schauen, so viel früher, die Großfamilien. Unsere älteste Bewohnerin war 81. Na schau, schau. Andreas, geht das so in eure Richtung, diese Zukunftswerkstätten, Stadt, Land, Wirtschaft? Ja, also wir haben ja auch ganz viele, also wir sind auch eine große Familie, also wir haben ja soziale Vereine, die Workspace, die mit Jugendlichen hier mitarbeiten. Wir haben Jugendkollektive, die Partys veranstalten und wir haben eben echte Landwirte und auch solidarische Geschichten und da sind auch die Themen, wir haben mehrere Werkstätten, die gemeinsam genutzt werden. Wir haben eben mit den Jugendlichen, die es am Arbeitsmarkt ein bisschen schwer haben, die können natürlich überall in alle Betriebe, auch sehr innovative Betriebe reinschnuppern und so ein bisschen ein Gefühl kriegen für Arbeit und wenn sie motiviert sind, dann auch dort starten. Auch zum Thema Teilen, also jeder von unserer Produzenten, Also leben dort die Leute auch gemeinsam oder ist es eher eine Working Space? Also in dem Fall geht es gar nicht, genau, geht es eher um das Gemeinsame Wirtschaften, also Gemeinwohl orientieren in die Richtung. Reden wir über das Essen ein bisschen, weil du immer wieder die Landwirte erwähnst und ich glaube die Idee, die auch in deinem Kopf herumspuckt, ist auch aus Wien, das wird auch dem Herbert gut gefallen, es grüner zu machen. Man kann ja auch in einer Stadt wie Wien zum Beispiel die Dachgärten begrünen. Das ist ja auch etwas, was dir so ein bisschen vorschwebt, dass man sozusagen selber sein Gemüse oder auch... Genau, also uns ist ganz wichtig, dass wir, also in der Region Rot-Neusiedel, hier eine essbare Stadt, also diese Stadt, die jetzt in 20 Jahren fertig sein wird. Genau, aber dass man auch wirklich, und da tut sich halt nach Wien ein bisschen schwer, dass man mit einer Bürgerbeteiligung, dass man wirklich mit Initiativen, die es hier auch gibt, ja gemeinsam plant und gemeinsam widmet, ja, weil ganz wesentlich für so eine Grüne, für eine S-Ballstadt sind entsprechende Widmungen, weil in einem Park kann man keine Landwirtschaft betreiben, ja, also in welchen Widmungskategorien ist sowas möglich, dass man es dann natürlich Bauträgern sagt, ihr müsst diese Konzepte auch umsetzen. Ja, ja, aber man könnte zum Beispiel in den Parks auch Obstbäume pflanzen. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Ort, wurden von der Gemeinde, finde ich wirklich nicht schlecht, statt irgendwelcher, weiß ich nicht, was gibt es da, Birken oder irgendwas, wurden Obstbäume entlang des Bachs gepflanzt, wo jeder sich nehmen kann, was er will. Und das hat man lange Zeit nicht gemacht, weil es natürlich mühsam ist, ja, also der Fallobst legt runter, es ist Arbeit, ja, aber natürlich, das ist unser Ziel, dass wir auch mit essbaren Bäumen, und bei meinem Betrieb machen wir es schon so, dass wir da Waldgärten anlegen, also das sind quasi ausdauernde Pflanzen, Permakulturen, wo man nichts mehr pflügen muss, sondern die kommen jedes Jahr wieder, und auch essbare Bäume, wie zum Beispiel Elkastane und so weiter, dass man, ja, das könnten in Zukunft auch Alleebäume sein, die einfach essbar sind. Genau da, genau da, das Thema ist dann zum Beispiel bei unserer Plattform auch ganz groß, weil halt viele Leute Schrebergärten haben, Obstbäume haben, und in den meisten Fällen fange ich halt dann einfach mit einer riesigen Apfelernte als Familie, als einzige Familie nichts an, wo ich dann sozusagen über die Plattform auch anbieten kann, auch tauschen kann, sag so, kommt's vorbei, bei mir sind die Äschel reif, holt's euch die Äpfel, die Leute bringen dann was anderes vorbei, vielleicht eben der Apfelkuchen, der draus gemacht worden ist, oder, was ich auch schon gesehen habe, also bei uns können sich dann auch so Gruppen bilden, dass sich halt Obstbauern sozusagen organisieren, und sagt, ja, der eine hat Birnen, der andere hat Äpfeln, und da tauschen wir durch und so. Genau, das haben wir eh vor, also deswegen haben wir ja eine Genossenschaft gegründet, das Prinzip der Genossenschaft ist ja jetzt nicht wie bei einer Aktiengesellschaft ein Shareholder-Value, sondern es geht um Nutzen, ja, da sind ja die, also in Südtirol ist das Wort, da hat der eine 100 Apfelbäume, der andere hat 5, alles geht in die Genossenschaft, jeder kriegt ein Saftel, ein Schnapsel, und genau das haben wir vor, eben mit einer Genossenschaft, und dann stellen wir uns vor, ein gesamter Stadtteil ist Teil der Genossenschaft, und wir sind so mächtig, das heißt, wenn ein großer Bauträger jetzt einen Supermarkt quasi ausschreibt, ja, sagen wir als mündige Stadtkonsumenten, die aus dummen Stadtkonsumenten mündige Stadtproduzenten geworden sind, wo wir in der Hoffnung eine utopische Stadt gebaut haben, wo jeder Haushalt eine kleine Mikrofahre, ein integriertes Hochbeet, alles hat, ja, dass dann, was weiß ich, der Küchenchef bei uns am Zukunftshof sagt, liebe Kinder, groß und klein, braucht alle eure Paradeiser, wir machen unser Ketchup selber, ja, das heißt, die Kinder lernen Kreislaufwirtschaft mit, also der einen aus der Erdgeschosszone, der anderen vom, jeder geht mit zwei Sacken, mit fünf, mit einer Palette hin, und gemeinsam mit dem Produktionsleiter wird dann aus den Tomaten Ketchup produziert, und dann wollen wir sagen, das ist wertvoll, das ist Hummus, das kommt in die Kompostierung, ja, und die leben einfach den Kreislauf dann in einer Stadt, also, unsere Vorstellung ist wirklich eine Stadt im Kreislauf, ja, also, wo wir mit wenigstmöglich Energien von außen auskommen, das heißt, von der Kompostierung über die Urversorgung, über die Verarbeitung, aber bis zu unseren menschlichen Ausscheidungen, das wird ja Aurin und Phosphor und alles wieder zurückgewinnen. Was hast du da gelernt? Ich bin auf einem Bahnhof groß geworden, aber eigentlich bin ich Wirtschaftsinformatiker, also über zehn Jahre in der IT-Branche. Das hört man. Aber diese Idee muss ja von irgendwoher kommen. Hat es auf einmal bei dir Klick gemacht, dass du gesagt hast, ich möchte die Welt besser machen, dieser grüne Gedanke, aus praktischen Gründen eigentlich? Ja, also, irgendwie ist das alles gekommen, also, als ich mit der Schneckenzucht begonnen habe, hat jeder gesagt, das ist unmöglich, den Markt gibt es nicht, und wir haben es über die Gastronomie dann doch geschafft. Aber, Andreas, der Gedanke des Teilens, diese Genossenschaft, so bist du eigentlich groß geworden. Ich bin so groß geworden, ja. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR, das ist ja ein Mangelsystem gewesen. Und bei uns war es eigentlich so, dass viele Sachen entweder nicht zu kaufen gab oder zu teuer waren. Und dann wusste man im Dorf halt, wer hat was. Da brauchte man jetzt, heutzutage macht man es über das Internet. Früher wusste man es. Das wusste man einfach, was der Nachbar hat. Und das hat man sich dann ausgeborgt. Das war einfach so. Und mit diesem House-Sharing, oder wie auch immer man es nennt, da gab es bei uns früher eine ähnliche Sache. Das war so genannte Wohnungstausch. Allerdings mit einem ganz anderen Hintergrund. Was also auch wieder in Richtung Kommune beziehungsweise alt und jung geht. Bei uns war es früher so, wir hatten ja sehr viele kommunale Mietswohnungen. Und diese Wohnungen wurden ja dann irgendwann für die älteren Leute zu groß. Dann gab es diese Börse, wo dann also die alten Leute hingegangen sind, und haben gesagt, mir ist die Wohnung zu groß, ich möchte nur zwei Zimmer haben, statt drei oder vier. Habt ihr jemanden, mit dem ich tauschen kann? Und dann wurden die Wohnungen untereinander getauscht. Man ist in den anderen Mietvertrag eingestiegen. Es gab also auch keine Mieterhöhung, nichts. Ich meine, Mieten waren sowieso bei uns nur billig. Das war eigentlich mehr oder weniger nur ein symbolischer Akt gewesen. Aber diese Wohnungsnot durch Über- oder Unterbelegung, die gab es bei uns nicht so stark. Wir hatten zwar immer Mangel an Wohnungen, da wurde dann irgendwann durch Plattenbauten behoben, aber auch da war es dann so. Aber wenn man jetzt vergleicht, also ihr hattet mitunter Mangel, also gerade Lebensmittel, da waren nicht alles. Ich kann mich erinnern, früher zum Beispiel in Ungarn, die hatten keinen Kaffee und so. Wir wiederum hier leben im Überfluss. Es muss irgendwie dazwischen es ja auch was geben. Julia, ihr macht's? Ja, du brennst schon. Food sharing. Lebensmittel und Überfluss ist ein... Das ist ein Thema, das... Ja, ein sehr heikles... Und? Geht schon. Nein, der Verein Together hat ja unabhängig von der Wohngemeinschaft schon vor acht Jahren angefangen mit dem Lebensmittel retten, eigentlich mit im Container rausholen, was da drin war. Und mittlerweile haben wir so ziemlich alle Supermärkte in ganz Kärnten mit elf Standorte, sogenannten Together Points, die quasi gleich funktionieren wie die Kostnix-Leben, wo jeder hinbringen kann und abholen kann. Wo aber ein ganz großer Part einfach die Lebensmittel sind. Und das ist einfach unglaublich. Es wird leider tendenziell immer noch nicht weniger als... Also immer noch mehr als weniger über die letzten Jahre. Ganz sinnvoll. Wir hoffen ja schon stark, dass es doch irgendwie... Also es bewegt sich was. Es sind die Konzerne ja immer bereit, da wirklich abzugeben und was zu machen. Aber es braucht definitiv irgendwie von oben sinnvolle Reglements, dass die Überproduktion anders gehandhabt wird. Eigentlich... Entschuldige, von unten. Wenn der Konsument kauft, werden die Konzerne wahrscheinlich nicht so... Ja, aber das ist halt auch eine Entwicklung. Also man kann halt Menschen, vor allem nicht, wenn sie 90 Prozent des Tages mit Werbung berieselt werden, die teilweise suggeriert, was nicht die Wahrheit ist, dann kann man nicht erwarten, dass jeder es schafft, so selbstständig zu denken und zu sagen, naja, ich beweg mich da jetzt gegen den Strom und mach nicht das, was alle machen und geh nicht zum XYZ, weil dort ist es halt am billigsten. Also da bin ich sehr... Da hab ich sehr viel Geduld mit den Menschen, weil ich sag, jeder ist dort, wo er ist und jeder kann nur von dort aus, wo er ist, tun. Und auch wieder die alleinerziehende Mutter mit den drei Kindern, die macht sich halt keine Gedanken über Bio und Nachhaltigkeit, die macht sich Gedanken, geht sich am 20. des Monats noch ein Mittagessen aus. Julia, aber ihr holt das Essen und bringt es auf Standorte, wo man sich das dann dort holen kann? Genau. Umsonst? Umsonst, grundsätzlich umsonst. Es ist wohl so, dass wir über die Jahre ein Spendensystem eingeführt haben, wo wir einfach die Leute darum bitten, uns den einen oder anderen Euro an Spende zu geben. Hat aber nichts mit einer Bezahlung für die Lebensmittel zu tun, sondern hat mit einer Wertschätzung der Arbeit zu tun, weil wir quasi selbstfinanziert sind, mehr oder weniger ohne Förderungen funktionieren und alle unsere Mieten, Betriebskosten und sonstiges quasi durch diese Beiträge der Menschen, die das auch nutzen, dann auch wieder finanzieren. Und da kann aber auch wahrscheinlich nicht jeder hinkommen, sondern man braucht schon irgendwie eine Bestätigung. Nein, es kann bei uns jeder kommen. Mit der Luxuslimousine vorfahren. Kann er theoretisch, der wird dann halt, wenn er nicht entsprechend uns gut unterstützt, wahrscheinlich gefragt werden, ob er verstanden hat, was wir tun. Bei uns ist es eben nicht so, dass man sich ausweisen muss. Es hat für mich einen sehr starken psychologischen Effekt, weil ich halt glaube, dass solange ich jemanden als arm und als du hast nichts bewerte, wird der auch dort drinbleiben, weil er sich da gar nicht außerbewegen kann. Und wir setzen da einfach anders an mit. Und wir haben immer noch auch dadurch, also wir haben nicht nur Arme, wir haben auch normale Menschen, ich will das gar nicht so trennen, aber es ist leider systemisch so, die kommen. Und wir haben immer noch mehr Lebensmittel als Menschen, die kommen. Wir haben immer noch Bauern, die kommen müssen, weil sie danach noch Brot und Gepäck und teilweise Sachen abholen, die quasi nicht so lange haltbar sind, dass sie bis zum nächsten Mal Öffnung überhaupt noch gehen. Und wir wachsen weiter. Es ist Nachfrage nach weiteren Standorten. Wir haben auch teilweise Großmengen an Lebensmitteln, die wir kriegen, wo wirklich palettenweise Ware kommt von Produktionsbetrieben, wo nur ein Etikett falsch gedruckt ist oder eine Füllmenge um 10 Milliliter zu viel oder zu wenig drinnen ist. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich Menschen, die es brauchen, die nicht dazu kommen, Ich bin da voll und ganz bei der Julia. Also das Ganze ist ein strukturelles Problem. Und das kann nicht von unten nach oben funktionieren. Man kann diese Verantwortung nicht an den Konsumenten abwälzen. Das geht von der Überproduktion, das geht über regionale Produktion, das geht über nachhaltige Ernährung. Es müsste jeder von uns ein absoluter Profi in all diesen Bereichen sein und wahrscheinlich die Hälfte des Tages im Internet hängen und alles recherchieren und jede einzelne Marken- und Herstellungsprozesse verfolgen. Das funktioniert nicht. Sowas muss von Gesetzgeber, dafür ist der Gesetzgeber gar da, reglementiert werden und Voraussetzungen geschaffen werden, dass der Konsument leicht, einfach und transparent entscheiden kann, was gut für ihn und für die Gesellschaft ist. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Das sind alles Leuchtturmprojekte, die da sind. Und das ist aber kein Mainstream. Und dafür muss es aber Voraussetzungen vom Gesetzgeber und von oben geben, um das sozusagen Mainstream werden zu lassen. Da machen wir zum Beispiel, am Zukunftshof haben wir beim Projekt eingereicht, zum Urban Food, wo wir mit einem Künstler, Hanni und Banni, eine weiße Tafel, eine Tafel für 100 Personen haben und alle zum Thema Food auf einen Tisch bringen wollen. Das heißt, wir laden drei Wissenschaftlerinnen ein, die Impulse zu diesem Thema geben, Urban Food. Wir laden politische... Also Essen in der Stadt, nur dass man... Aber wir bringen alle auf eine Tafel. Wissenschaft, Politik, die ganzen Produzenten der Lebensmittelkette, das heißt Urproduzenten, Verarbeiter, Handel und Konsumenten. Das heißt, da wird es einen Komet geben, der 200 Euro zahlt dafür. Aber wir wollen die normale Bevölkerung auch dabei haben. Das heißt, die werden angeschrieben und die kriegen dann eine Zeitentschädigung. Das heißt, wir haben an einer Tafel, da gibt es keine Hierarchien, alle an einer Tafel und das Künstler-Door wird hier provozieren, um Dialoge zu schaffen, wo wir hier wirklich ansetzen können, den Hebel. Es ist wirklich interessant. Vor 20 Jahren hätten wir über dieses Thema nicht gesprochen. Nicht so. Jetzt wissen wir die Schlagworte Klimawandel, Klimakatastrophen. Es muss was passieren. Es passiert im Kleinen. Und wir haben gesehen, auch aus kleinen Dingen können große Unternehmungen entstehen. und ihr habt so viele wunderbare, ob das jetzt gemeinsames Garten ist, den Nachbarn helfen, Häuser tauschen, Lebensmittel tauschen, Gewand tauschen, Schafe vermieten. Das ist alles, das ist alles hoffentlich ein Anfang. Und wir sind leider am Ende. Ich könnte euch noch stundenlang zuhören und mir das irgendwie so quasi vor Augen führen, was ihr da nicht alles Großartiges macht. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn Sie zu Hause jetzt Fragen haben oder wenn Sie sich denken, dann möchte ich die Kontaktadressen haben. Wir haben die natürlich alle für Sie gesammelt. Sie können uns einfach anrufen oder Sie schauen einfach auf unsere Infoseiten und werden vielleicht auch kreativ. Wer weiß. Danke fürs Zuschauen. Servus. Ihnen brennt so viel auf der Zunge und Sie brauchen nur die Gelegenheit, darüber zu reden? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98. Dann sehen Sie noch mal prosecutors, Ja. 감 trays und hierher. Vielen Dank.